hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom american truck simulator wir sind hier unterwegs mit einer fuhre gips einem richtig langen anhänger der letzten folge hat man mal einen schönen vergleich gesehen da hatten wir einen anderen truck neben uns mit einem pkw vorne dran und das ganze geschoss war kürzer als also es hat immer noch nicht über uns hinausgeraten das ist schon ich hätte auch gerne grün wenn ich das mal so anmerken darf hätten wir auch gerade ausfahren können egal jetzt mal grün jetzt farmer ich dachte schon warum will er nicht aber mal 21 tonnen gips hinten dran ist natürlich schon ein bisschen was da an gewicht wieder zusammenkommt so einmal rum ums eck und es geht weiter darf ich mal kurz danke es ist zappenduster da vorne machen wir mal nicht ja ich habe es im euro truck simulator schon erzählt ich weiß nicht inwiefern das auch ihr die hier zuschaut das auch guckt machen fernig gerade mal wieder aus sonst blenden wir hier alle demnächst werden wir auch mal detroit bekamen human spielen ein spiel was es bisher noch für die konsole für die ps4 gab oder unter anderem für die ps4 aber ich glaube es ist ps4 ohne liebe wesen bin mir gerade nicht ganz sicher auf jeden fall gab es nicht für pc wird es demnächst auf für den pc rauskommen und ich habe es mir schon mal vorbestellt weil ich habe es damals auf der konsole gesehen ich habe selber keine habe es nicht spielen können da kann es auf der konsole seine spielen wie gesagt habe keine und da hat es ordentlich gescheppert und freue mich natürlich riesig dass das jetzt für den pc kommt weil das spiel ist einfach mega werde es wahrscheinlich aufs töd streamen aber jetzt natürlich so machen wie bisher auch dass ich die streams dann hochlade und dann ihr das hier auch gucken wollt gucken können sofern ihr das wollt seid natürlich auch jederzeit herzlich eingeladen mir auf tütsch zu folgen und dort das ganze dann live zu sehen aber wie gesagt ich werde es natürlich weiter so handeln dass ich die videos dann auch hier hochlade kann das problemlos machen ich bin weder twitch partner noch bin ich affiliate ich könnte affiliate machen also ich bin freigeschaltet für den status aber aber im moment zumindest will ich es noch nicht und ja werde es auch erstmal weiterhin so handhaben vielleicht ändert sich das mal irgendwann aber im moment definitiv nicht dafür ist mein meiner meinung nach der kanal zu klein ähm affiliate status habe ich ehrlich gesagt und nur schon oder die möglichkeit den zu aktivieren habe ich auch nur ähm weil irgendwann mal ein bot unterwegs war der da haufenweise äh 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 follows generiert hat wollen wir selbst dabei erst bei einer äh Freundin unterwegs 80 ja ja was machen wir denn jetzt durch aus der wäsche gucken etwas was man nie tun sollte leute Oh. Da stand einer. Den habe ich nicht gesehen. Genau deswegen sollte man das auch nie tun. Rückwärts fahren auf der Autobahn. Ein No-Go. Auch auf dem Highway natürlich. War aber jetzt gerade doch mal nötig. Ähm. Wo war ich? Ja, genau. War an Bord unterwegs. Der hat haufenweise Follows generiert. Äh. Wäre der nicht gewesen. Also es war lange bevor ich angefangen habe zu streamen. Ich hatte zwar den Kanal schon. Also man braucht ja. Twitch-Kanal. Aber ich hatte. Noch nicht mal die Möglichkeit zu streamen. Das war irgendwann letztes Jahr schon. Wo er da 200, 300 Follows reingehauen hat. Ähm. Ähm. Ja und die sind immer noch da. Bei den vielen waren sie schon wieder weg. Aber ich hatte sie immer noch. Weiß nicht warum. Und ähm. Und ähm. 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 hatte ich dann quasi nur noch als Voraussetzung zu erfüllen. dass ich ähm. 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 Es waren das sechs, sieben Stunden streame oder so. und eine durchschnittliche Zuschauerzahl von drei oder sowas irgendwie habe. Also war es. Der, der, die Ansprüche sind aussprochen gering. Man braucht halt eine gewisse Anzahl an Followern. Und das hatte ich aber wie gesagt schon dadurch, dass ich, dass da halt dieser Bot mal einiges generiert hat. Jetzt bin ich wieder falsch gefahren, oder? Es deutet alles darauf hin, dass ich wieder falsch gefahren bin, vor lauter Quatschen. Und die Streckenführung deutet zweimal darauf hin, dass ich falsch gefahren bin. Hm. Hm. Sag ich dann nur. Zwei Stunden und sechs. Wieso macht, kann ich hier nicht raus, weil ich da nicht wieder drauf komme. Okay. Macht Sinn. Macht durchaus Sinn. Ähm. Wir könnten da mal rüber fahren. Hoppala. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ganz und gar nicht. Oh, hier müssen wir runter. Haben wir gar keine andere Möglichkeit. Dann fahren wir diesen schönen Bogen. Und fahren da dann wieder drauf. Oh, eine Ampel. Ja, du biegst ab. Mach mal ein bisschen flott. Und wir kriegen grün bestens. Zwei Stunden und sechs. Das schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, mal gucken wir mal jetzt. Eigentlich hätten langfahren müssen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, wie schon gesagt. Auf Twitch stream ich. Ähm. Ja, die Videos kann ich machen, wann ich halt Lust, Laune habe, wann ich Zeit habe, wann ich wach bin. Mache ich ja teilweise Wochenends morgens um sechs, wo ich dann anfange, die Videos zu machen. Ja, man sollte die Polizei nicht mit deutlich, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholen. Das macht sich nicht gut. Ähm. Ja, das, da kann ich natürlich, oder kann ich natürlich schon streamen, aber da wird dann kaum einer da sein, vermute ich mal. Und, ähm, ja, man macht es einfach auch noch Spaß, die Videos zu machen. Äh. Deutlich größere Vielfalt an Spielen, die ich hier so dann mal auch am Wochenende mache. Zwei Stunden MyTime mit Porsche. Ein Stündchen American Truck Simulator. Ein Stündchen Euro Truck Simulator. Mal eine Stunde Sims. Mal eine Stunde, äh. Metro Exodus. Also, was ich halt da spiele. Ich nehme das dann ja immer, immer dann ein paar Folgen auf Mal auf. Das geht natürlich beim Streamen nicht. Da müsste ich dann den einen Tag das, den anderen Tag jenes. Äh. Deswegen. Möchte ich also YouTube schon auf jeden Fall beibehalten. Und wie gesagt, ich kann das dann halt auch mal. Sonntag morgens um sechs vorm Frühstück paar Folgen Euro Truck Simulator aufnehmen. Dann mal ein bisschen Rennen lassen. Eine Folge in der Zeit in Ruhe frühstücken. Und duschen und so Sachen. Und dann die nächsten, äh, die American Truck Simulator. Und so weiter. Ups. Sind fast ein bisschen schnell. Ähm. Und das habe ich halt mit Twitch nicht. Während mit Twitch kann ich halt Spiele spielen. Wie jetzt, äh, auch hochgeladen wurde letzte Woche. Black Tale Innocence. Ähm. Story Games. Die kann man dann halt auch mal zwei, drei Stunden am Stück spielen. Das macht dann auch halt Laune. Das ist auch wieder was anderes. Kann auch je nachdem direkt mit den Leuten kommunizieren. Auch wenn bei mir im Chat immer noch nicht so riesig viel los ist. Aber langsam, aber sicher wird's. Ja. Hat beides was. Macht beides Laune. Und, ähm. Muss ich mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Gesagt, Detroit become human, wenn das kommt. Das werde ich definitiv streamen auf Twitch. Äh. Aber natürlich halt auch hochladen. Hier auf YouTube. Für die, die es dann später gucken wollen. Wobei die VODs sind irgendwo auf Twitch auch immer. Äh. Ich weiß gar nicht, wie lange die gehalten werden. Zwei Wochen, drei Wochen. Vier Wochen. Weiß ich's gar nicht. Auf jeden Fall, es wird aufgezeichnet. Und auch, ähm. Äh. Kann man dort auch jederzeit gucken. YouTube speichert den natürlich länger. YouTube löst ja nix. YouTube speichert, speichert, speichert. Wir sind auf die Wiegestation. Okay. Und dann, ja. Werden wir halt einige Spiele im Stream machen. Andere halt hier auf YouTube als Let's Play. Immer ein bisschen abhängig davon, wie es sich für das Spiel jeweils anbietet. Ähm. Planet Zoo, wenn das jetzt demnächst irgendwann mal kommt. Wahrscheinlich ja erst im Herbst irgendwann. Äh. Von den Machern von Planet Coaster. Äh. Die machen jetzt ein Zoo-Spiel. Und, ähm. Ja. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Also das, was man bisher so schon sehen konnte. Das sieht richtig, richtig toll aus. Und, ähm. Ich freue mich riesig darauf, auch das spielen zu können. Das wird es dann hier natürlich als Let's Play geben. Vielleicht auch eine Kombination aus Let's Play und Streams. Muss ich mal gucken. Dass ich quasi Let's Plays mache. Und dann aber auch parallel. Vielleicht den ab und zu mal einen Stream. Und den dann halt auch mal als lange Folge hochlade. Oder so. Muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Hängt auch mal davon ab, was noch so an Spielen dann unterwegs ist. Da bin ich dann ein bisschen spontan. Na, my time with Porsche zum Beispiel. Habe ich ja auch sowohl im Stream als auch als Let's Play. Aber da habe ich dann unterschiedliche, ähm, Spielstände. Streamen habe ich ja damals angefangen, wo das Spiel dann released wurde. Dass ich auch mal quasi die Anfänge nochmal wieder so mit kriege. Weil, ähm. Wo ich das auf YouTube angefangen habe, das Let's Play, war das noch in der Early Access. Und da ist vieles an Content nachgekommen. Was ich quasi dann auch gar nicht mitgekriegt habe, weil ich da schon durch war an der Stelle. Zum Beispiel, wie die, äh, äh, wie die Katze Pinky und, ähm, der Hund Scrabbles zu uns eingezogen sind, habe ich nicht mitgekriegt. Plötzlich waren sie da nach irgendeinem Update. Haben plötzlich bei uns gewohnt. Das sind so Dinge, ja. War halt einfach auf einmal so. Und das sind wohl, deswegen habe ich da nochmal einen neuen Spielchen angefangen. Auch einfach, um mal zu sehen, wie das, ähm, wo müssen wir denn hin? Da. Äh. Ja, wie das, wie so die eigentliche Story dann halt ist, ne? So, einmal ausliefern, bitte. Wo würden wir da hin? Hm. Sollen wir den probieren? Wir probieren es mal. Ich hoffe, wir haben da Platz, um drehen zu können. Wenn nicht, müssen wir die Hilfe in Anspruch nehmen. Ups. Anhänger. Das wäre dann jetzt mit dieser, äh, Dings besser, wo man da, äh, wo man das quasi dann mit Kopf- und Augenbewegung steuern kann. Kommen wir da vorbei? Das war knapp. Ich hatte schon gedacht, wir rumpsen da in die Steine rein. So. So, so, so. Da müssen wir hin. Das geht im ETS einfach einfacher, weil die da halt sehr viel zügiger reagieren. Wobei, jetzt geht das auch gut. Hatte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Grün, wir haben es geschafft. Ist doch fast perfekt eingeparkt. Sehr schön. Ja, dann machen wir mal das Piep, Piep, Piep weg. Satteln ab. Und ausgezeichnet. Ja, und das passt ja perfekt in die Folge hier rein. So, dann fahren wir gerade noch raus. Geht besser, wenn wir Handbremse lösen und den Gang einlegen. Und ich sag da mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann auf nächste Tour gehen. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.